Dankeschön für den Follow! Caro, uns hat ihr damit gefolgt, du musst Danke sagen! Und dir! Ich dachte, du bist halt höflich, Entschuldigung! Danke! Anki, ich wünsch dir sehr viel Spaß in Valorans! Und ich wünsch dir einen schönen Abend und eine gute Nacht! Danke nochmal für deinen Raid, sehr sehr lieb von dir! Ähm, bis bald! Und, oh, Anime-Girl, but actually a boy! Danke, Film-Follow! Alter, bei mir leckt es, du entscheidest! Ich geh raus! Nein! Ich versuch das jetzt! Oh je, bei mir leckt es! Ich geh raus! Da unten ist der Boy! Gebt mir doch eine Waffe! Einmal! Am Anfang nicht! Das Missionsziel lautet, das Kopfgeldziel auszuschalten! Hallo! Uh, genau! Scheiß-Tag! Richtiger Scheiß-Tag, Jungs! Zeit läuft! Zurück in den Kampf mit dir! Bei mir leckt es! Guten Morgen! Da stets mal ein Team aus! Ah! Gott! Scheiß, das waren auch die beiden, die ich gerade in der Pre-Lobby die ganze Zeit genervt hab! Unlucky! Und er hat ne MP40! Dega, Bioweapon! Bei mir im Dach! Hä? Jetzt piekt er nicht mehr! Er hat mich abgeschossen, jetzt piekt er! Ihr traut es sich nicht mehr! Hä? Das ist ja ein Hund! Hier liegt mein Geld! Da drüben liegt Kohle rum! Jalla Quickfast! Ich bin so tot! Ich bin so tot! Ich bin so tot! Ich bin so tot! Wo sind die jetzt? Ausrüstungslieferung ist unterwegs! Wo sind die? Ich bin bestimmt rausgegangen! Hä? Warte, warte! Ich kann's dir sagen! Oh, die haben sich selber einen Nudi geholt! Ah, er ist im Keller! Über uns! Oh mein Gott! Schreiter! Slow! Caro mich wieder geopfert! Der wirklich wahre Boss! Was geht? Da bewegt sich was! Sind alle tot jetzt? Ne, einer hockt hier in dem Scheißhäuschen drinnen! In Scheißhäuschen! Shitwreck! Lass ihn, du musst laufen! Ach! Niedertratt aufziehen! Niedertratt aufziehen! Wie wär's, wenn wir weitermachen? Oh Gott! Wohin müssen wir denn laufen? Wohin müssen wir laufen! Äh, Control? Ja, hol sich grad'n Lodi! Steck' aus, steck' aus, steck' aus! Steck' aus, steck' aus! Steck' aus, steck' aus! Hä? Hä? Musst du weg? Run, May! Hä? Ich hab' den nicht gesehen gehabt! Der ist oben! Äh, Richtung Leuchtturm waren welche Open Fields! Und wo wurde ich denn jetzt bitte beschossen? Immer noch nicht im Leuchtturm! Ist das noch welche oder nicht? Keine Ahnung! Ich wurde von irgendwo gerade angeschossen! Wollen wir irgendwo hin droppen und Drohne kaufen? Ey! Hier oben, hier oben! Bei dir! Nein! Was?! Du bist allein! Digga! Ich bin aufgeklatscht! Obwohl ich nochmal runtergesprungen bin! Hä? Das mach' ich immer! Wenn wir jetzt gestorben wären, ich wär' so sauer gewesen! Sehr schön! Drohne jetzt, eventuell! Ja, oder? Wahre Boss! Hab' medizinische Vorräte gefunden! Hab' medizinische Vorräte gefunden! Karo! We need a Drohne! Ja! I'm waiting! Ja! Das bist du! Okay! Ich push' den! Äh, Zelte? Jo! Das sind zwei! Beteilbungsgranate geworfen! Er ist nicht Stun! Hinter mir! Meiner ist noch vor mir! Und der andere ist hinter mir! Wenn du mich schon mal vorgehen lässt und fighten lässt, ne? Äh, nö! Oh, ja! Nein, Living! In Headquarters! Ja! Weißt du, wie das ist? Komm, jetzt rein! Bist du fett? Warst du Fenster? Ja, ja! Paarmal! Bist du Fen- Ai, 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 ai! Festung! Was denn? Festung auch? Richtung Festung, ja! Der Turm! Oh, Mann, Alter! Ja, ja, Turm! Geh mal hier rüber! Ich hab' abgeschossen! Das Gas breitet sich aus! Sicherheitszone wird verliehen! Äh, Headquarters macht auch Orgo! Und links von mir snapped auch einer! Äh, wir müssen Richtung Festung! Wir müssen da jetzt runter! Über mittlere Koordinaten! Okay, ich pushe mit dir! Hitz! Hitz! Nice! Hitz! 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 Nice! Können wir jetzt gehen? Ab! Hitz! Hitz! Ich bring' Carlo Gant zum stillen Chat! bheh! Hitz! Und zum lachen wollen! Ich würde jetzt plätschig erst mal Der nächste Rain, was ist denn los? Dave! Hier ist einer! Dave! 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 Noch einer? Teamwipe Diker! Ich wollte gerade meinen tollen Dave Gaming sagen, auf mich wird geschossen Einer kommt, oder? Bist du das? Einer landet Diker! Hinter mir noch einer Der hat eine Raketenwerfer gehabt Was passiert hier? Ein Haus weiter in unsere Richtung, wo wir herkommen Der hat eine Raketenwerfer gehabt und wollte mich ganz tief irgendwo reinstecken Nein Bei mir hier im Haus Nein Eine Mine Du musst kurz pläten Dave, danke Kuss, kuss, kuss Ich sag gleich richtig, danke Hast du Plates? Nee Hier ist Munition, falls jemand trägt, dass jemand holt Boah Was, ein Stück? Den hättest du finishen müssen, den hättest du finishen müssen Sorry, aber Gas kommt und zwei Leute nebenan Die haben alle Ich hab keine Plates mehr Du schaffst das Oh, ich hab ihn nockt Oh, ich hab ihn nockt Nicht sterben Nein Nein, da ist nach einer Sag das doch ich weiß nicht von wo ich hab dich 35 sekunden geht es weiter ich brauch platten ja von turm geld ich kaufe platten kiste und gasi ist dumm oder was zappelt hier denn so war das dumm chat plattenkiste gleich hinter dir wir müssen gleich da runter die werden so ab wir müssen natürlich aber warte mal die schauen wir können ja nicht am rand hier gehen oder jetzt kommt jetzt runter folgt mir wir sind über uns nur noch fünf übrig kann das hochpushen bezeichnungsgranate geworfen da um es kann doch vor mir einer noch unter mir das ist der dave gaming newbie master kiva anki 7 chat kagos win alder das war die leckerste runde des abends der plattenkisten okay der hirschkäfer kinder lagen gerade eben noch viele platten die kann man noch aus den taschen nehmen war das so ich dachte da waren null von acht drin hallo und alle raider dave dank für ihn küsse geht raus und neu wie auch noch mal danke an dich es war eine wilde runde ich muss noch mal hier für kleine prinzessin aua einfach 21 kills zu zweit das ist ja das ist ja und ich war nicht einmal tot egal klar